Der Brief, den du geschrieben hast, er macht mich gar nicht bang. Du willst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief ist lang. Zwölf Seiten, eng und zierlich, ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied gibt. Der Brief, den du geschrieben hast, er macht mich gar nicht bang. Du willst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief ist lang. Zwölf Seiten, eng und zierlich, ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.